Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FuckWare4. Glockenturm, ne? Hatten wir gesagt. Wie gesagt, ein Glockenturm. Glockenturm. Ich weiß echt nicht, wofür Leertaste gut ist. Vielleicht falls man festhängt oder so. Bup! In den Orben! Naja, fast. Wollt ihr euch jetzt hier die coole Kletteraktion nicht vorenthalten? Und gleich geht's hier gar nicht weiter und ich stehe dann hier so... Aber es geht weiter! Seht ihr das? Seht ihr das? Schwingen muss man üben. Das kann ich nicht so holen. Und wieder oben. Aufs Neue! Juhu! Immer dieser scheiß Wingsuit, ne? Wenn ich renne und dann irgendwo runterspringe, dann rüstet der manchmal den Wingsuit aus. Und ich denke nur so, ja toll. Will ich aber gar nicht. Jetzt gibt's hier Kletteraktionen auf dem Weg. Worthin oder was? Oh! Hi! Warum diese Musik? Ist da unten eine Kiste? Ich will da jetzt nicht runter. Alter, hab ich mich grad erschrocken. Oh, hier ist die Glocke. Die müsste doch ein... Oh, cool. Man kommt von... unten in den Turm. Das hatten wir ja noch nicht. Jetzt haben wir dieses Skalava wieder. Ich glaub, wir hätten auch von außen reingekommen. Gut. Jetzt... Treff ich den nicht. Voll drauf geschossen. Was ist denn das denn? Stopp! Jack. Brauchen wir noch Jack für irgendwas? Ne, noch die Schneeleoparden, ne? Ah, der wird von dem Jack angerufen. Nein, fertig, Jack! Er ist der beste Restknipper hier. Oh, geil! Danke, Jack! Ja gut, vielleicht hätte ich hier nicht rausgehen sollen. Einfach hochklettern. Na egal! Hier hätte der uns eh gesehen. Hier hätte der uns eh gesehen. Mal was ausprobieren. Die prallt da so von ab. Kaka! Muss ich echt mal googlen. Ja, dann erschießt mich mal. Soll mal jemanden erschießen, der sich wehrt? Ja, ja. Ja, ja. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Mano! Das ist doof. Ja, komm. Er ist ein scheiß Verräter, haben wir grad gelesen. Das ist gut, ne? Ist schon ein bisschen hier für euch. Ich hab's grad gelesen. Aber wir wissen's gemeinsam! Alter, was ist hier passiert? Oh, das ist so krass, wenn man hier so hoch geht. Die gucken auch eben auf der anderen Seite. Okay, da ist nix. Habt ihr beide Kisten? Oder ist hier gar keine? Warte mal ganz kurz. Ich ist unter mir. Fuck. Da ist ein Zettel. Lesen. Hi! Also hier ist wie versprochen der Vorschuss. Die Filmcrew trifft nächste Woche ein. Ich stell immer noch den Plan zusammen, also kann ich dir die Details kurz vorher nennen. Ich werde sie von allen echten Gefahren fernhalten. Allerdings haben sie mich gebieten, sie nach Shana zu bringen, um einen Kampf zu sehen. Sorg dafür, dass deine Männer Bescheid wissen, dass ich mit drei Amerikanern durch die Region reisen werde und dass sonst niemand davon entfernt. Ich will nicht riskieren, nur zu verärgern oder schlimmer noch, Pagan. Who the fuck is NK? Ja. Königliches Munitionsdepot. Sackgasse. Oh, ein Kampf. Oh. Ich habe das Gefühl, da müssten wir mal hin. Das sah sehr interessant aus. Das ist wie so eine Liefermission. So, wir müssen nochmal runter. Wir haben Sachen vergessen. Kann man hier rein, ey. Kratz. Kuckuck. So. Wo sind... Weiter unten. Ich glaube, da kriege ich Schaden. Oh. 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 Wie weit unten denn? Hallo? Das ist jetzt schon wieder nicht angezeigt. Aber warum wählt denn der das eben ab? Was ist mit der anderen Beute? Wie ist die Beute? Die ist genau da? Wo da? Ah, hier. Äh? Ah. So. Ja, ich weiß. Das ist dumpf jetzt. Der ist jetzt schon wieder abgewählt. Mann, ich habe das noch gar nicht... Oh. Unten? Jetzt hat er das schon wieder abgewählt. Ich kriege das Kotzen, ne? Ich lasse mich jetzt einfach fallen. Da ist er. Ja, das macht nichts. Ist nur eine kleine Schramme. So. Dann machen wir das Vorratsding. Dann machen wir... Geld. Jo. Hier bin ich. Ja. Immer dasselbe. Ja, keine Fahrhilfe. Das muss ich versinken. Warte mal. Oh mein Gott. Ich bin ein. Also habe ich letztens einen. Ja, ich bin ein. Ich bin ein. Genau, ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ent denn das ganze Hechte? Erstmal hier rein. Oh, der hat hier eine Massenschlacht angerichtet. Oder was ist hier passiert? Siege, wo ist dein... Wo ist dein Zettel, Siege? Oh, der hat hier einen Teleball dabei. Alter, das Messer an der Kehle. Seht ihr das auch? Ach, Siege, da ist dein Zettel. Ist schon wieder soweit. Moment. Hauptschuss. Raus schoß. Schwanz oder was? Ach, das ist nicht der Zettel. Unheimliche Gestalt. Hey, ich habe letzte Nacht blaue Blätter, ein Stück Fluss aufwärts gesammelt und eine seltsame Gestalt bemerkt, die zwischen den Bäumen am Ufe gelauert hat. Ich glaube nicht, dass sie mich bemerkt hat, aber es sah aus, als würde sie nach etwas suchen. Wer oder was das auch immer war, sah unheimlich aus. Ich glaube, du sollst mal in unserem Lager und dem Wasserfall nachsehen, ob irgendwas fehlt. Tachung. Oder wie der hieß. Da. Gehäutet. Oh, ist der Zettel der Ziege. Den hätte ich gern. Ops. 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 Piss dich. Und hier sind noch mehr Leichen von Wölfen, als ich dachte. Ziegenzettel. Wir wissen, was sie dazu sagt. Das ist voll das Massaker dann im Haus. Nichts, oder was? Seht ihr irgendwo einen Zettel? Ich sehe keinen. Das ist die blöde Flasche. Hm. Ja, dann nicht. Dann ist egal. Oh. Ich jetzt hier runterspringen. Tue ich mir dann was. Nee. Wo ist der Eingang? Okay. Noch weiter runter? Und das will ich aber nicht. Ob ich das da hoch schaffe? Nein. Nein. Ich weiß nicht, wie man das abbricht. Einfach ins Wasser landen. Aber falsch her. Guck mal hier. Oh. Ich habe ihn getroffen. Lol. Okay. Kann man machen, ne? Leute. Seht ihr aus so? Ich weiß. Ihr teilt meine Ansichten. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Viel geschafft. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Hau rein. Oh, ich weiß nicht.